Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Symphonia! So, wir kommen gerade hier aus der Latheonschlucht und sind jetzt auf dem Weg nach Daris Calan primär. Allerdings funktioniert das noch nicht sofort, denn wir brauchen dazu Selaus Crucius Kristall. Südöstlich, südöstlich, das habe ich eben noch alles nachgelesen. Ähm, dieser befindet sich in der Abtei, wo seine jüngere Schwester lebt. Und die ist südöstlich von dieser netten Mine hier links von uns. Südöstlich auf einer Insel steht in der Synopse und deswegen wird das wohl hier sein. Also machen wir uns mal auf den Weg dahin und schauen mal, was dann so passiert und was sich so ergibt. Abtei, doch das ist gut. Ähm, da. Ja, ähm, ja, wieder den Spielstand natürlich nehmen. Und dann betreten wir die Abtei. Oder so ähnlich. Ach, die Musik ist immer so schön hier. Willkommen in der südöstlichen Abtei. Ich habe nicht gedacht, dass ich mal die Gelegenheit haben würde, das zu sagen. Entschuldigt, ich war etwas abgelenkt beim Lesen, weil ich gerade eine Nachricht bekam. auf meinem Handy und deswegen habe ich beim Sprechen einfach mal improvisiert und ähm ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich antworte ich hoffe, das kriege ich jetzt irgendwie hin äh so, ähm, das sollte es für das erste reichen jetzt ähm, schalala, gut, jetzt machen wir auch weiter, gehen hier rein und holen diesen Crucius Kristall, um auch ein bisschen voranzukommen hier weil hier waren wir schon mal erinnert ihr euch können wir hier durch? Tatsache oi ich meine, ich sehe, dass der Chosen ist sein usuales Selbst wandern überraschend yo, Celeste ich brauche das Crucius Kristall, das ich mit dir lefte mit dir, gib es mir zurück wie du wünschst nach allem, es ist rechtlich auf die Chosen oh, ich glaube, sie ist angepisst auf ihn ja jetzt, wenn dein Geschäft hier fertig ist, habe ich schuldig, dass du sofort verlassen okay, okay, ich glaube, ich bin so unpopulär wie immer für mich oh, warte, Big Rock hm, was ist es, meine damalige kleine Schöne? nichts oh, okay, dann oje das sieht alles ein bisschen nach Familiendrama aus oh, genius ach oh, ja nein, ich habe nicht es gibt keine Chance, dass ich so ein Bruder hätte wie das jetzt bitte, weg ich habe nicht 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 sie ist sicherlich nicht sehr am lieblich sie ist nicht nicht zu hart sie war sehr sie war sehr seitdem sie war als Kind aber in der Zeit, ihre Mutter oh, never mind als du ging, sie sagte, bitte schau dir oh oh wir sind jetzt bereit wir sind bereit auf die Tower der Salvation In Ordnung Dann soll es so sein Aber ich muss schon ein bisschen schlucken, wenn ich das so höre da Jetzt haben wir gerade nämlich so einen gewissen Einblick in Selos Psyche bekommen Beziehungsweise in seine Gründe vielleicht auch für sein Verhalten Nun ja, jetzt suchen wir erstmal den Turm des Heils Ach, ich mache wieder die Große Dann gehen wir auch mal den Turm des Heils hier in Tethiala besuchen Und dann haben wir glaube ich auch alle Orte soweit auf der gesamten Welt abgearbeitet, nicht wahr? Aber natürlich, ihr kennt mich ja, ich bin jetzt ein wenig speichervorsichtig Machen wir das einfach so Oh ja, ich habe den falschen Cursor benutzt Ich habe mich erst gewundert, hä, warum funktioniert das nicht? Okay, gut, dann kommen wir jetzt hier rein Warum sie nur so versessen darauf ist Ja, wir kennen unsere Reign ja schon eine Weile, ne? Du weißt, du kannst manchmal wirklich schlucken, dass du wirklich schlucken kannst Oh ja, guck mich an, es ist mein Zeitpunkt zu schlucken Oh, ich glaube die Laugh habe ich gerade weggedrückt Selos, ist etwas falsch? Ja, ich glaube nicht genau das Was? Du bist sogar noch mehr Oh Und sogar noch mehr obnoxios als normal? Nee, er ist immer so wie das Nur, ignoriere ihn Ach, Sheena Heute bist du ein bisschen zu hart, meine Nach meinem Geschmack She's pretty sharp Ach, das gibt mir alles ein bisschen zu denken Das ist alles so ein bisschen Nicht schön, you know Naja, machst du nix Einfach sehen, was jetzt so passiert Oh Gasselig Ja Selos hat das ja noch nicht gesehen Such ein schade Ort Warte mal Ist das wirklich Teteala? Ja Es sieht identisch wie Silvarons Tower of Salvation My body I can't stop shaking This is the same place It can't be Lloyd, remember this? Wait, I broke that The two worlds are connected here Of course, it's the same place Kratos Ja, immer in solchen Momenten tauchte auf Are you really one of Mythos' companions from 4000 years ago? Good Since you figured that out It saves me the time to explain Ich möchte es nicht gegen ihn kämpfen, bitte We will take the chosen as the new body for Martel You're still trying to do that? Are you so intent on resurrecting Martel that you're willing to distort the entire world in the process? I have no need to explain So in the end, you really are our enemy Ja, irgendwie Deja Vu Das haben wir schon mal des öfteren gehört, oder? Ich habe immer gedacht, ich hoffe, dass du gut bist, aber du bist nicht Tragisch alles, irgendwie Aber seine Art ist immer noch so Don't hold back this time Ich hoffe, dass du verbessertest This can't be good So, und jetzt, ähm Wir versuchen den jetzt einfach auf Teufel komm raus fertig zu machen Auf Teufel Vollkommen raus Okay, ähm Wir müssen aufpassen Also Rain am besten wirklich sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren Weil Rail und Photon bringen hier nicht so viel Genauso wenig wie bei Genis Leider Äh, Lightning und Thunderblade Ground dashers, The Lightman and Stoneblast können wir aktivieren Explosion wäre supergeil Erde Blitz ist das leider genauso wie das Also lassen wir das erstmal auch deaktiviert Wir gehen keine unnötigen Risiken ein Was das angeht Rain, jetzt benötigen wir deine Hilfe Wir haben Wasser des Lebens Ähm, China, ich weiß nicht was du tust Was hat sie nochmal für ein Zauber hier Ähm, Perditor ist hier Ach, belebt ein Ziel wieder Ja, okay Gut, okay, wir haben auf jeden Fall Schaden verursacht Allerdings Wir müssen jetzt Uns beeilen und schauen, dass wir auf ein Äh, vernünftiges Level kommen Äh, auf ein vernünftiges Ähm Level an, an Leben Denn Denn Das funktioniert sonst nicht Wir können ihn, ähm Wir können ihn, ähm Wir können ihn definitiv hier runter ziehen 6000 haben wir auf jeden Fall schon mal weg Super-Lightning-Blade 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 Shit Nee, das kann auch nicht gut sein Da hast du recht, China Ähm, jetzt müssen wir auf jeden Fall Rain wiederholen Einfach da rauslaufen ist auch eine Option Ähm Wir müssen dringend auf Rain achten Ach, Rain Du musst da weg, verdammte Scheiße Ähm, okay Gut, wir kriegen ihn so da weg Mal eben schauen Das ist geil Leider Ja, China Das hat's leider nicht gebracht Ähm Dann Benutzen wir jetzt mal hier dieses schöne Wunder-Gel Was wir uns hier besorgt haben Ähm, okay Ähm Das Ganze auch nochmal für China Okay, wir haben ihn runter Wir kriegen ihn runter Wir schaffen das Definitiv Ihr glaubt doch hoffentlich mit mir an uns Also, äh, das wäre eine super Sache Weil, ähm Ich hab Capsuit gerade keine Ahnung Ich krieg's absolut nicht auf die Kette Nein, nicht Judgment Was mach ich denn hier eigentlich? Guardian, das muss doch funktionieren, verdammte Scheiße Ja Danke, Genis Ähm Hoffentlich trifft denn das Gut, dem sind wir ausgewichen Es ist schön hier drin bleiben Erst Rain, dann sie, dann er Ja Und dann Tidal Wave Und dann nochmal Prism Stars Ah, Kratos hat so viel Power, verdammt Aber wir kriegen den diesmal kaputt Diesmal sind wir stark genug dafür Ich muss jetzt Ja, Strategie Rain Ähm Kann ich dir nicht sagen, dass er abhauen soll Äh, reduzieren Ausschwärmen Freund schützen Magieabwehr Hoher Angriff Vorringer an Äh, am weitesten entfernten Gegner Das ist auch Quatsch Nein, er sagt Das sagt er nur auf wen sie gehen soll Ähm Zurücknehmen Zurücknehmen Nein, das ist, wann sie Dingens benutzt Das heißt, muss doch das sein Bei manövrieren Abstand vom Gegner halten Genau Ähm Das und auch du machst das jetzt einmal Ja, manövriert euch da weg, Leute Ja Oh fuck Ähm Okay, das wäre das Jetzt kann ich die Taktik wieder ändern Jetzt wo die aus dem Weg gegangen sind Weil es ging einfach nur darum, dass die von dem weg kommen Vor allen Dingen, wenn er in diesem Modus ist Ah ne, warte, eher Langstreckenmagie Langstreckenmagie Freikampf Was hatte ich sie nochmal Auch Langstreckenmagie Auch Langstreckenmagie Ja Ja